Ja, Tinata, es brennt aktuell Licht allein, ich sag's dir. Ja, ich merk's. Es ist kein Spaß hier. Ah, oben sind schon doppelt Nagans, RT. Holy moly, wir sind tot. Oh, drei Nagans. Oh, den Nagans kommt runter, RT. Ah, vier Nagans. Oh, shit. Boys, wenn du hier Harbour City spielst, diese Map, und geil sein wolltest, spielst du das, wie du der RT machst. Wenn du die APM dazu habt. Easy Win, jedes Mal. Die Siegesstrecke besteht. Der Styler oder so kann gerne den Link zum größten deutschen Iron Harvest Discord reinschicken. Da findet man auch immer wieder mal Leute zum Spielen und so, wenn da Leute Bock drauf haben. Und ein bisschen Austausch und so. Geh erst auf zweite Reserve. Okay, mach ich. Also, versuchst du mit der Sandsacklinie, RT. Ja. Ja. Oh, eine Veränderung, gell. Unflexibel und so. Ja, das mag man halt einfach nicht. True. War ja zweimal in deiner Lobby, äh, deswegen, ja, hab ich schon einige Videos von dir verfolgt und einige Tipps geholt. Nice, freut mich, Thanatos, freut mich freudlich. Das ist der Discord, genau. Oha, die waren auch ernst. Oh, 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 oh. Aber du hast schon mal den, ah, gut gegen den scheiß Vanguards. Die werden's belasten, die vom Schaden her. Oha, die machen mit alles, bitte. Ja, moin. Ja, moin. Aber ich versuch, sie zumindest einzusperren. Aber wir haben eine Herausforderung. Das Problem ist bloß, sie können sich jetzt wahrscheinlich jetzt von herunten den Weg frei zwicken, weil sie ja quasi jetzt auf, oh, in dem Gebäude ist es sehr schlecht von ihm, weil da kann er ja nicht rausschießen. Das ist ein riesen Vorteil für uns gerade, ein Anfängerfehler, das ist sehr wichtig gerade für uns. Ja, das gewinnen wir. Ja, sie haben uns auch eingesperrt, aber ja, wir gewinnen es. Das ist aber sau dumm, dass er das halt in das Gebäude geschickt hat. Irgendwie ist es nicht ganz dicht mit dem Stacheldraht. Nee, ich check das nicht, das nervt mich alles. Ja, wirscht. Deine, oh Gott, dein, dein Trupp, boi. Ja, ich weiss. Kannst du irgendwie noch blocken? Ja. Oh, ich war ja gerade überste AFK und hab auch nicht weitergemacht. Ich war ja gerade zurück, ich fasziniert von den Fights, lol. Thanks, genau. Ja, stark, wir haben ja die Inseln, werde weniger behauptet für uns. Gut. Erstmal. Gut, sie haben das erste GG schon snackt, dieses belastend. Oh, meine Fresse. Ja, der retreat jetzt. Ja, nice, das hat ein Gegner in der Challenge. Das ist ein echt ne schlechter. Belastend, äußerst belastend. Belastend, massiv belastend. Wir haben ja schon wieder einen Trupp auf der Weblicht angezeigt, das ist super nervig. Ich hab bloß Angst, dass die noch einen MG bekommen. Ja, das wäre nicht so schön. Du kannst eigentlich mit deinem Trupp das Ding schnell aufzwicken und den Wire mit denen immer da rumlaufen. Falls das gar nicht irgendwie möglich ist, ich weiß es nicht, die will ich auch nicht unentsteckt stressen, lieberört. Alles cool. Oh ja, da ist das MG. Aber wir haben aktuell einen Ressourcenvorteil, das ist schon mal nice. Das MG, ich hab ja Angst. Aber ich krieg schon mal das untere. Oder holst du das untere, warte. Nein, nein, nimmst du. Nein, nein, nimmst du. Ich hab nur, ich hab da einen Rifled-Man-Truck. Ach so, aber deine sind auch schon da, deine Engys gerade. Nimmst du, dann ruf ich nach oben. Ist wieder auf. Nice. Bester Mann. Warum ist es so nervig, wenn der Trupp nicht angezeigt wird? Den vergisst du dann komplett auf dem Feld. So, jetzt gibt's Whisky und Schokolade. Nice. Nice, nice, nice. Ja, Mann. Ob oben das MG bekommen. Sehr gut. Und wir haben viel mehr Ressourcen. Ah, läuft, läuft, läuft. Der Kaisers finest. Vielen Dank, Thanatos. Vielen lieben Dank. Dann skippe ich jetzt den Trupp und bin ein bisschen greedy. Ah, zwackt's mir doch den Trupp jetzt mal an. Das wäre ein bisschen zaubernd. Das wäre ein bisschen zaubernd. Aber nur vielleicht. Okay. Oh ja, schaut jetzt sehr gut aus. Vor allem deine Rifle-Mans heute. Ich komme eigentlich von der anderen Seite. Ja, haben ihn, haben ihn, haben ihn. Oh, Örtinator. Wieso sind sie so ein geiler Typ? Aber. Wir stehen mit für das Auto. Ja. Wir stehen bei for den LAN発 Argentinien. Sagt. Nein. Wir arbeiten zu nрасgen. Wir haben den pests. Wir geraten. Wir 접 Project. Näm. Wir fahren auch auf das Auto machen. Wir fahren nä Thenmen. Wir fahren 100 Theft. Wir sind einfach rüberploppen. Ja, aber ich muss mich jetzt mal zurückziehen und neu sammeln. Ja, aber wir haben eher den Gefühl, wir sind ein Retreatweg aktuell durch die Insel, das ist eine Art Premium. Wir haben ja viel mehr Ressourcenpunkte ausgebaut, also nicht viel mehr, aber ein Öl mehr und haben ein Öl mehr. Okay, jetzt haben sie gerade die Überhand, gell? Ja, in der Mitte müssen wir uns mal kurz fallen lassen, weil ich habe jetzt so viel, aber jetzt zwei MG-Trupps, so dass ich kann, wenn ich mich verstärkt habe, wieder drüber fahren. Sehr gut, drüber fahren ist gut. Ah, geil, Spiel! Ja, die Nater wird zum Eliminator, aber hallo. Aber die machen schon mal gut, die Gegner, dass quasi sie merken, okay, sie haben jetzt unten die Insel, dass sie dann wirklich nach oben aktiv die Spiele verlagern, das waren auch nicht so viele. Das stimmt. Oh, ich sehe schon, was er davor hat. Boah, der Retreatweg ist ja trotzdem noch abnormal lang. Ja, aber um einiges besser als normal. Sie wollen jetzt einfach gleich oben was klauen, habe ich gesehen, da laufe ich gleich mit dem Trupp hin, sobald man irgendwann in der Nähe ist. Okay, sie sind noch so weit entfernt, alles. Ah, Mann. Aber ich hatte gar keinen Bock, dass wir das Öl oben klauen. Ja, muss ich so machen? Die Truppe, ich brauche sie. Jetzt haben wir ihn da. Irgendwann haben wir mal einen kurzen Retreatweg, aber der ist eigentlich abnormal lang. Ja. Vor allem für die LMGs sind ja so unsehn. Ja, weil die so langsam sind. Eisenhands sind unmöglich auf der Map. Unmöglich. Ah, du hast ein Doppel-LMG-Gaser. Nice. Okay, jetzt ploppt er da auf dieses Öl. Nein, da holt er sich die Medics. Okay, es sind oben zwei Truppen, tatsächlich. Haben wir da noch irgendwas für... Wenn du das regeln kannst, dann kann ich ihn da mit dem Pressure machen. Jo, passt. Wo ist ein zweiter Truppen, den vermisse ich gerade. Gut, und ein Öl verlieren wir jetzt mal kurz definitiv. Ja gut, das ist ja nicht so dramatisch. Boah, jetzt kommt ja immer zwei Truppen da oben. Was machen die jetzt gerade? Die sind ja gerade komplett insane. Okay, ich glaube es ist nicht gut, dass jetzt ein Stylers eine Taktik versucht zu spielen. Ich hätte einfach Standard spielen sollen und dann wäre es entspannter gewesen, das Ganze. Kann ich sehen. Ja. Ja. Ja, macht der Hard Pressure oder was? Ja, ich sehe es. Was ist der Target? Oh, get the hell out of here! Ja! Oh, was ist das faking enemy fire? Waiting for a mission. Ich hätte Standard hier noch mal die Reserve spielen sollen, fix. Nichts. Erwurscht. Ist es so. Ja. Ah gut, du hast da schon mal ein Retreat verursacht. Wenn man sich in die Mitte zurückkämpft, ist das ja eh premium. Oh kacke. Oh ja, fuck. In die Mitte ist die erste Reserve da. Ach du meine Güte. Huiuiuiui. Oh shit. Da ist ja einiges da am Stissel von denen. Versuch sich zwar in jedem Gehst zu locken. Ja, das ist ja. Hat fast geklappt. Oh, sie kämen dort rüber. Dann können die Ölmini doch wieder nicht zurückerobern. Belastend. Versuch von der anderen Seite Pressure zu machen. Ach, das klärt er noch. Ja, kaum. als du jetzt einen Veteran-Sea-Ranker bekommst. Ja, Tinata ist brennt aktuell Lichtalo, ich sag's da. Ja, ich merk's. Ich merk's. Ich merk's. Das ist kein Spaß hier. Absolut kein Spaß. Lira hat auch noch Trupps, das ist ja ein Skandal. Was ist hier los mit uns? Jetzt kämpft der blöde Tiger gegen mich. Irgendwie werden's ja nicht unterdrückt. Keine Ahnung, die sind jetzt über die Brückenlaufen, die LMGs heizen drauf, aber ja, Unterdrückungsfeuer gibt's nicht. Okay, aber meine Reserve ist unterwegs und dann reicht's. Jo, nice. Oh Gott, da verlier ich ja vieles jetzt gerade. Ui, ui, ui. Ich bin ein bisschen entsetzt, dass die nicht unterdrückt worden sind. Naja. Ah gut, sie haben ja dann vielleicht ihren Veteran-Sea-Skill hergenommen. Okay, okay. Aber jetzt schon wieder. Ach, komm. Was ist denn jetzt weggekommen? IMG und... So, Smiley sind da, jetzt reicht's. Ich eile zur Hilfe. Okay, einen Trupp hab ich... Killen können schon mal. Ach so, du brauchst unten eigentlich keine Hilfe mehr, oder? Ist das richtig? Oh, die Olgi macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Holy moly, was ein nicees Game. Ey, die Olga macht zu viel Schaden. Ja, wieder LMG- Ach, hier hab ich keine Truppen mehr eigentlich. Ich hab auch grad relativ viel verloren. Kann man uns über die Brücke an, oder was? Wann hätt ich bloß die normale Reserve gespielt und nicht den Scheiß ausprobiert? Dann zieh ich's. Ja, genau, dann vernicht sie, die hässliche Olga. Was hat der Empire braucht? Neidama? Der Kaiser's Finat... Der Kunst... Ja, genau, kein I, keine Ahnung. Wir sind gefeiert. Wäck auf! Significant enemy force in Zeit. Wäck auf! Hoist du Zeit hast oben. Aber... Ja. Boah, das andere wird oben jetzt so... Die sind sehr mobil und sehr aufmerksam. Jetzt ist er oben mit der Olga wieder wie ein Gebäude geklaut und sie hat auch auf, so nervig zu sein. Oh, zückt der Trupp da oben zurück. Ich glaub das schafft er nicht mehr. Das Problem ist ja, Laft hat dann der Olga über den Weg. Wobei, er hat sich da beschäftigt, tatsächlich. Genau, jetzt schießt du dir erst auf den T-Shirt und nicht auf die Olga. Dann ist Mali-Sangon wieder Premium wichtig. Oh, wenn ich jetzt die Olga wegkommen würde, aber nee, die ist auf dem Retreat weg. Wenn du dann vielleicht die Olga abfängst, wenn die dort geht. Ja, aber natürlich muss ich schauen, ob das geht, logischerweise. Oh, unten ist auch schon MG-Geschutz und Grimmbad. Soll ich jetzt die Olga abfangen, oder? Einer fängt die Olga ab, die anderen drei kommen unten zur Hilfe. So, das ist ja hier das Ibelste. Ich konnte es auch, wenn wir es keinen Hau-Kurash machen, denke ich mal. Wir haben halt immer noch dieses scheiß Öllicht, sie fichs. Es stresst mich, dass wir ein ganzes Öllicht haben. Ja, genau. Haben wir die Olga? Ja. Ah, nice. Wichtig erst mal. Wenn du aber deinen Smelly so richtig Premium-mäßig aufräumst, bin ich auch sehr glücklich. Endlich Upgrade hier. Und Eisenhands ist... Ei, ei, ei. Oh, oh. Sneakt da oben schon da rum. Normale Troops, okay. Aber meine Erlkönige, glaube ich, schießen schon mit auf die Eisenhands, als Support. Ah, oben, oben sind schon doppelt Nagans, RT. Holy moly, wir sind tot. Ah. Ich bin nur so weit davon entfernt, irgendwas Fetts gegen Mechs zu haben, aber gut. Kriegen wir schon. Die Nagans sind schon auf dem Weg. Nach unten? Ja gut, dann sollen sie kommen. Jungs, mit einem Anti-Armor-Gunner. Alter, was ist ein geiles Game gerade? Präparier mal eben. Yes. So, jetzt müssen wir den Knochen mal hier lassen. Präparier mal hier. Stand by. Jetzt wollen sie unten kommen. Wie viele... Wie viele Erlkönige hast denn du? Drei plus. So, Kaiser ist jetzt auch unterwegs. So, das Problem ist, die werden jetzt oben mit einer fetten Mech-Armee kommen. Die werden jetzt quasi zu zweit jetzt oben versuchen durchzukommen, oder? Ja, dann muss ich ein bisschen freestylen. Ja, dann können sie brauchen halt viel zu lange. Ja, ja, eben. Ich überlege auch gerade, was ich da am besten machen könnte. Gut, wir können da schon meine Mine legen. Aber man merkt es gerade so richtig, die bereiten sich gerade so auf diesen Final Blow vor. Ja, das ist ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich muss massiv Angst werden. Unten wollen sie da schon langsam ein bisschen pressern. Aber gut, wir haben da einen Erlkönig. Das ist ein Bunkie. Von der normalen Troop. So, mein Kaiser macht sich auf den Weg in die Mitte. Der ist ja quasi gleich da. Also, wir haben drei, sechs Meiles. Zwei Erlkönige, einen Anti-Armaganer und eventuell irgendwann mal einen Kaiser für die Mitte. Ja, gut. Wird. Schon. Du deckst mit deinen Erlkönigen ja auch gut was ab. Das ist ja... Ich werde jetzt da mal hochschauen, was denn da oben passiert. Ja, ich bin auch schon so neugierig gefühlt. Ich denke es mir auch schon so die ganze Zeit. So, das ist jetzt mein Heldentrupp, der wo das hochläuft. Oh Gott. Mal schaut. Okay, da stehen wir. Okay, wir haben auch... Doppel Nagan, okay. Was sind wir da schon mal die drei? Aber wenn ich meinen Erlkönig jetzt vorziehe, habe ich ein bisschen Angst, dass sie dann zu offensiv sind und dann verlieren wir es. Ne, all-lohl einfach. Ja gut, da ist aber nur der Rote hier. Also, wenn wir so rot. Ich weiß nicht, was er bei dir ist. Bei mir tatsächlich auch. Oh, was kommt da oben noch? Da kommen Anti-Armour-Gunners. Ah gut, das wird schon mal nix. Ich überlege halt gerade, ob jetzt meine Erlkönig-Unpläser aber oben schon ein bisschen nerven können, seine Nagans und so. Aber ich glaube, das ist zu riskant, oder? Weil die das dann hinten reinbrechen. Ja gut, ich weiß nicht, wenn du jetzt drauf schießt und ich laufe mit den Smilies von links hinten rum, dann könnte ich sie mit ein paar zumindest halt übelst die... Ja, ich rück mal eins schon mal offensiver. Kaiser hat die Hälfte der Strecke zurückgelegt, bereits. Ich bring mal ein paar meine Smilies in Stellung. Es ist gerade zu belastend. Das erinnert mich ein bisschen an das Spiel gegen Styler und Keo, oder? Das war... Ja, das war auch belastend. Oh, jetzt oben der Olga. Perfekt. Ah! Schade. Jetzt haben sie es auf dem Schirm. Ja, wir sehen ja, wie die Nagans die Straße sperren. Ja, ja, das schaut Premium-mäßig aus. Sieht ja auch. Da kommt nur ein Anti-Armer-Trupp bis jetzt. Ich hab so Angst. Ja, die Zeit läuft für uns. Wir haben mehr Dinger. Mehr Siegpunkte. Der Kaiser ist ja auch bald da. Meine Güte. So, Erlkönig hat sich ausgefahren. Kommt er da hin? Jetzt schon, ja, der eine. Der vordere. Ich hätte den anderen lieber in Defensiv gelassen. Oh, ja, er bewegt sich. Sie bewegen sich. Oh, da ist auch Artillerie, Mörser haben sie. Vielleicht den Erlkönig etwas nach links ziehen, weil sonst kann der Mörser ihn erreichen. Echt? Ah, wo ist denn der Mörser? Also die sind auf der anderen Seite von der Brücke. Ah, crazy. Ja, der Orange, ist der bei dir orange der andere? Ja. Der macht mir halt Angst, weil von dem sich mal gar nichts macht. Ja, genau. Ah, da kommt der Gunther. Oh, ja, oh, da kommen sie mit Anti-Armen. So, gut, du hast schon mit deinem Deos deine Dinger am Schlüssel. Das ist schon mal gut. Und die Insel wird auf einem anderen Erlkönig abgedefft. Aber sie werden das mal zuschnappen. Oh, der Mörser rückt vor. Aber gut, mein anderer Erlkönig hat den eigentlich auf dem Schirm, ja. Oben, die noch ganz bewegen sich. Ich sehe. So, mein Kaiser ist da. Wo, wo geht man hin? So, das Ding ist schon mal kaputt zum Mörser-System. Eih, es ist so belastend. Ich habe Angst. Wir können... Warte, gehen wir mit deinen Smiles ein bisschen über die Brücke drüber, weil eigentlich kam es ja da nicht so viel. Deine Smiles sind ja viel stärker, würde ich... Okay, was haben sie da alles aufgebaut? Ja, gut, aber da macht uns gegen Kaiser und deine Smiles erst mal nichts. Ja, gut, die Arme ist, wenn die zum... Alter, schon zwölfte, duuut. Oh, oben bewegt sich Nagans. Aber er hat die... Oh, drei Nagans. Oh, die Nagans kommt runter, Erti. Ja, gut, gut, dann kommt es jetzt dran, man. Nice. Also, wir könnten natürlich sofort den nächsten Hoch, weil wir so viel Income haben, aber... Jetzt wird's. Wir Nagans. Oh, shit. Okay, boy. Und nochmal in Nagan, holy moly. Oh, ich hab los, das gehört. Ja, mein Kaiser ist mein Futschi, da können wir gleich mal einen neuen nachbauen. Oh, deine Smiles machen gerade so wichtige Hits von hinten. Und meine Anti... Ja, da wusste ich noch, was... Alter. Crazy. Vor allem, wenn der andere Nagan über die Insel läuft, er... Erti, das war geil. Eklat. Und ich verliere überall Squads, warum denn? Das verstehe ich auch nicht. So, das waren vier Nagans. Jetzt kommt Eisenhans und Numernaghan über die Brücke, aber da hab ich schon eine Mine platziert, zum Glück. Und die Erlkönigsteffens, ja. Mir macht das bloß noch Angst kurz. Also, Angst nicht, aber genau das machst du, deine. Jetzt haben sie reingekackt. Mine hat gehittet. Ja, Mann. Dieses Play vom Ertinata, da habt ihr es gesehen. Diese Smelly-Action vom Ertinata, die ist insane. Ah, jetzt hab ich nicht aufgepasst hier. Zwei frische Kaiser sind auf dem Weg. Ja, jetzt haben sie es, glaube ich, verloren. Das können sie nicht mehr replacen. Ich war mir nicht sicher, ob wir das reißen, du. Oh nein, ich hab den Smelly verloren. Das geht. Baust eine Tour nach. Egeiler. No 8 und so. Olgi verliert er vielleicht auch? Ja, ich glaube, Olga verliert auch wieder. Ja, Olgi tot. Holy Moly. Also, jetzt haben wir zwei frische Kaiser auf dem Weg. Du hast Schocki. War ein guter, der so frittet und selbstgemachter Burger. Oh, nice. Beim Sinten und beim Samu hier Premiumabend. Für die Versorgung. Und wir schuften hier schwer. Jetzt kommt er über die Brücke, aber das sollte eben... Oh. Ja, nee, no way. Gute mal. Okay. Wieder ein Nagan. Nagan sind geil, das stimmt schon. Aber es ist halt... Zwei Kaisis unterwegs. Wieder auf der Brücke war es aber gut. Wann werden eigentlich der Ehrkönig mal endlich veteran sieht, dass ich da diesen Scheiß-Shot mache? Achtung, der Nagan kommt über die Brücke. Ich kann da eigentlich auch mit meinem Engine-Truck mit den Dinger ein bisschen, um Pfeilen helfen. Oh, eine Mine wieder gefressen. Unten auf der Insel wäre es interessant. Oh. Oh, dann haben wir den Bellenfigur an den Besseren schon mal rausgeekelt. Ja. Come on. Alter. Ja, Tinator. Wirklich. Dieses Smiley-Play von dir war so immens wichtig, dass du von hinten reingelaufen bist und die ganzen Re-Armor. Du hast diesen auch ganz weggesnackt vom anderen Stern. On G CMS. Hierzuangren. Ich bin noch ein, es ist schon immer vieler geworden. Ich bin noch ein Ein確. WarMelробter. Vorabsch. bis zur Spannker. Ich bin also Ec normale.